Ey, yo Leute, was geht ab? Ich bin hier leider heute ohne Kamera, deswegen tut mir leid dafür. Wir haben hier Patch 11.5, die Infos ist schon vor zwei Tagen draußen oder vor drei Tagen oder irgendwie sowas. Da habe ich leider gepennt und euch noch kein Video dazu gemacht, deswegen bin ich jetzt auch hier mit am Start. Es ist an sich ein geiler Patch, finde ich. Sehr wenig Sachen, die mich stören. Sehr viele Sachen, die genervt oder gebufft werden, die ich nachvollziehen kann. Äh, ne, sehr gute Sachen, die ich verstehe oder nachvollziehen kann. Ne, die ich verstehe. Doch, 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 sehr viele Sachen, die ich nachvollziehen kann. Mega geil. Highbreaker, Leute, bis zu 15 Resistenzen mehr. Highbreaker sehe ich immer öfters in High-Elo. Ich sehe auch, dass viel mehr Jax gespielt wird gerade. Ich sehe auch ein paar mehr Yoricks, also ich sehe generell viel mehr Champions, die sich gerne Highbreaker kaufen. Ich kann euch sagen, was passieren wird. Das Item wird gebufft, wird in höheren Elos wahrscheinlich mehr gespielt. Dann sickert es auch mehr durch auf die unteren Elos zu. Und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder ein Revert sehen vom Highbreaker. Ähm, also könnte ich mir gut vorstellen zumindestens. Je nachdem, wie sich der Rest der Meter danach natürlich noch weiterentwickelt. Äh, aber mal so eine Frage an euch. Seht ihr oft Highbreaker in euren Games? Und wenn ja, auch auf welchen Champions? Ähm, würde mich mal interessieren, wie es da unten aussieht. Also, ich sage jetzt nicht, dass Highbreaker in jedem Game da ist, in den höheren Elos. Aber ich sehe es häufiger mittlerweile, ja. Championnervs, Annie, 5% weniger Scaling auf ihrer Queue. Finde ich random. Ich weiß gar nicht, weil ich zuletzt eine Annie gesehen habe. Vielleicht ist das ein Low-Elo-Problem. Ist gut möglich. Ähm, nerft natürlich ihr One-Shot-Potenzial. Gerade im Mid-Game, gerade im Late-Game, wo dann auch die AP-Stats nochmal höher gehen. Ähm, aber es ändert nicht den Grund, warum ihr Annie pickt. So, wenn ihr LOL-Beginner seid, für Midlane immer noch Annie picken. Aurelion, Leute. Ich glaube, dieser Nerf wurde weggenommen. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, und zwar haben sie seinen Crew-Cooldown jetzt nur um, ich glaube, ein oder zwei Sekunden verringert. Ne, erhöht. Damit erhöht. Ähm, das hier ist gerade gar nicht mehr da. Und Aurelion ist wie ein Einhorn irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich den Aurelion gesehen habe. Aber die mega, 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 mega High-Elo-Aurelion-Spieler abusen diesen Champion bis zum geht nicht mehr. Ähm, und deswegen kriegt er jetzt hier Nerves. Ja, also, Riot meint auch, dass es gezielt ein Nerf für Elite-Play, was ich glaube Master Plus ist, oder Grandmaster Plus, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, deswegen, I guess, I guess. Finde ich random. Gwen, Leute, 20% weniger Attacks mit ihrer Ehe auf Level 1. Ähm, eben am Ende des Tages bleibt sie gleich stark. Sie muss aber halt, ähm, die, die Verteilung über die, die Level hinweg, wurde jetzt so gesehen höher gemacht. Dafür ist sie im Early-Game, also sie ist grundsätzlich immer noch gleich stark, ne? Ihr, ihr Early-Game ist einfach nur schwächer. Ja, das heißt, so ein Level 1-Cheese sollte ihr jetzt schwieriger fallen. Ähm, das Ding ist, Gwen hat ein sehr dickes Power-Budget in ihrer Ehe drin, gerade auch in den ersten paar Leveln, dafür, dass sie auch so gut scale, ne? Sie kann euch ja zu Tode rechts klicken, quasi, ab Level 1. Ähm, was sie sehr toxisch macht. Ja, deswegen sind das hier eigentlich gute Nerves. Also, ich, ich mag Gwen grundsätzlich vom Design her. Ähm, sie ist leicht over-tuned von den Nummern, aber an sich ist das Design, äh, ich find's gut, ich find's gut, ja. Ich find, das ist hier ein guter Nerf von Riot. Jetzt wird wahrscheinlich jemand sagen, nerft die W, die W nervt, äh, nervt. Ähm, ich würd's tatsächlich cooler finden, wenn es da einen Indicator geben würde für die W, wann sie weggeht. Ähm, weil ich finde, das ist so zu schwierig einzuschätzen. So ne Art, so wie bei Kindred-Ulti, da dreht sich auch der Kreis mittendrin, wisst ihr? Ähm, aber an sich guter Nerf, guter Nerf. Irelia, Leute, ähm, es war Riot's Ziel, Irelia mehr accessible zu machen in den Lower-In-Elos. Das haben sie auch geschafft, sie ist leichter zu spielen. Die Nummern sind jetzt nur noch over-tuned, jetzt wird das Ganze hier nochmal etwas verändern. Momentan maxen auch viele Irelia-Spieler ihre W, deswegen wird die auch gerade angegangen mit einem Lower-In-AD-Scaling, ähm, und so wird auch nochmal mit einer Lower-In-Damage-Reduction, was ich, äh, okay finde. Ich, ich glaube, Irelia wird nochmal einen Nerf brauchen, nächsten Patch, to be honest. Ähm, weil sie ist zu, viel zu reliable geworden. Ja, ähm, ich denke, da wird nochmal ein Voll-Up-Nerf kommen, to be honest. Aber mal gucken, wie sich dann die Meter weiter entwickeln. Kayle, Leute, Kayle soll in der Midlane gerade mega krank sein, mega ausrasten. Deswegen gibt's hier einen Magierese-Nerf von vier, was sehr dick ist, ähm, was ja auch für die Top-Lane nerfen wird. Ja, also eigentlich, weil dieser Nerf wird gezielt gedacht für die Midlane, ähm, aber auf der Top-Lane, wenn man gegen einen Mordekaiser spielt, ein Silas kann da oben sein, ein Malf kann da oben sein, ein, weiß ich gar nicht, was gibt's noch, was AP-mäßig oben gespielt wird. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ganz so viel ein, ähm, aber Midlane Kayle tut mir jetzt richtig, richtig leid. Ja, vier Magierese zu verlieren ist astronomisch viel, weil sie in der Regel drei Level-Ups braucht, um, um einen Magierese zu kriegen. Ähm, jetzt brauchst du in diesem Fall, äh, warte mal, sie braucht drei Level-Ups, jetzt brauchst du sie zwölf Level-Ups, um auf diese Magierese wiederzukommen, ja. Silas, Leute, okay, das ist ja hasse ich, das ist ja hasse ich persönlich. Seine Q macht mein Damage, ja, zehn Damage mehr plus zehn Prozent AP-Scaling. Ähm, ich denke mal, das ist ja über beide Instanzen hin verteilt, würde ich, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sollte sein, im Normalfall. Ähm, dafür geht sein W-Healing runter, um fünf, äh, fünf Base-Healing und fünf Prozent Scaling. Ich weiß nicht, warum Silas direkt Kompensation braucht für den Nerf. Keine Ahnung, warum man das braucht, like, makes no fucking sense. Thresh, zwei Sekunden mehr Q noch auf der E im Early und dann, äh, eine nochmal insgesamt. Sollte ihm halt auch gerade innerhalb der Lane W tun. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Thresh-Spieler skillen. Es gibt welche, die maxen zuerst ihre Q, dann gibt es welche, die machen drei Punkte E und dann Q oder dann W. Da gibt es viele Optionen, aber wenn man jetzt nicht direkt in die E reinkommittet, tut das Ganze im Q dann auch ein bisschen weh. Der Flay war ja sehr reliable und der Unterschied zwischen ich kann einmal flayen in einem Fight und ich kann zweimal flayen in einem Fight, ist ziemlich hoch, würde ich nicht unterschätzen. Aber Thresh ist seit gefühlt Ewigkeiten ein S, dieses Support, ne, ist okay. Viego, Leute, wird jetzt aus der Lane offiziell rausgedrückt, Leute. Fun Fact, sein Healing von Minions hat auf 150 Prozent gestartet. Viego hat sich um 150 Prozent des Damages gegen Minions hochgehielt. Jetzt sind wir bei 10 Prozent angekommen. Und ich finde, solche Sachen zeigen einfach, ähm, wie Incompetent Ride ist, wenn es darum geht, wenn es um neue Champions geht, größtenteils. Ähm, einfach nur, Leute, Viego wurde Anfang des Jahres released. Ich glaube, am 20.01., wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt sechs Monate her ungefähr. Nach einem halben Jahr wird immer noch an diesem Champion rumgeschraubt. Was ich sehr inkompetent finde, Tobianus. Muss ich sagen, wie es ist. Finde ich sehr, sehr, sehr inkompetent. Q-Base-Damage geht um 10 runter. Ähm, das heißt, er macht damit weniger Damage gegen Champions. Er macht damit auch weniger Damage gegen Minions. Der Bonus-Damage gegen Monster ist aber doch um 10 hochgegangen, damit sein Jungle nicht beeinträchtigt wird. Und die Handlung von Minions geht von 50 Prozent auf 10 Prozent runter. Wird Viego in der Lane immer noch playable sein? Auf jeden Fall. Wird er jetzt härter Punishable sein? Ebenfalls auf jeden Fall. Wukong-Nerfs, sehr random. Ähm, ich sehe Wukong nicht mehr so oft. Vielleicht ist das ein Low-Elon-Nerf, weiß ich nicht. Aber sein Life-Rack wird hier massiv gesenkt. Ähm, Life-Rack ist einer dieser unsichtbaren Stats, die ihr, die meisten Spieler nicht bemerken wollen, wie viel das ausmacht. Von vier, äh, von vier, ähm, Life-Rack, äh, oder, äh, HP5 auf 2x50 gehen, macht über die Dauer der Laning-Face wirklich verdammt viel aus. Macht wirklich verdammt verdammt viel aus. Würde ich nicht unterschätzen. Sind relativ Harder-Nerfs. Buffs, Leute. Blitzcrank, drei Armour mehr. Pretty cool. Ne, nochmal ein bisschen mehr Base-Damage von 20. Pretty strong. Ja, 20 Prozent mehr AP-Scaling ist ein Meme. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Blitzcrank großartig auf AP-Items sehen. Maybe in Hourglass. Hourglass ist das Support dann populärer geworden, tatsächlich. Auf so Tank-Supportern, ähm, sich das als zweites einem zu kaufen. Grundsätzlich ist das, yo, wenn ihr AP-Blitzcrank gehen wollt, gönnt euch. Aber es ist immer noch Meme. I guess. Bestimmt, sieben da einen Blitzcrank-Spieler geben, der das irgendwie amused und sagt, yo, Ludens into Lichbane und ich fisse die Gegner weg. Kann man natürlich gerne machen, ja. Ähm, aber grundsätzlich coole Buffs. Gerade diese drei Armour mehr macht ziemlich, ziemlich viel aus. Caitlyn, Leute. Okay, vor diesem Buff hab ich Angst. Caitlyn kriegt 20 Prozent mehr AD-Scaling auf ihre Queue. Caitlyn ist einer von diesen Champions auf der Bot-Lane, die die Lane gatekeeping kann. Sowas wie Graves im Jungle, ja. Wenn Caitlyn stark ist als ADC, dann wird sie entweder Pick-Ban sein und jeder andere ADC, den er pickt, muss ein Champion sein, der eine Antwort auf Caitlyn ist. Grundsätzlich war da Jin immer sehr gut. Ähm, Asheville konnte sich da auch gut halten. Und Ashe. Ich glaub, das waren so die... Oh, Jinx war auch nicht bad. Aber je nach Support halt, was gepickt wird, ja. Ähm, 20 Prozent mehr Scaling ist ziemlich nutty. Gerade auch bei den möglichen Items, die man bauen kann. Ähm, man geht ja gerne ein, ähm, Gale Force into Stormraiser. Wobei ich mir vorstellen könnte, to be honest, Gale Force into Collector, maybe auch keine schlechte Kombination auf ihr. Besser als Stormraiser, maybe. Gerade jetzt auch, wo sie besser mit der AD scale, ähm, was auch gerade auf Lethality-Builds in der Regel ziemlich, ziemlich cool ist, ja. Äh, ein gutes Synergy zwischen den Items, ein Execute, wenn jemand die Olic knapp überlebt. Nur so als Idee. Könnte vielleicht möglich sein. Ja, würde ich hier nicht unterschätzen. Kate in der Regel nicht mehr so viel Tech-Speed, ähm, wie sie es zuvor mal gerne getan hat, ja. Wo man sich gerne ein Rapid-Fire-2-1, äh, gekauft hat. Haben wir jetzt nicht mehr unbedingt, ja. Cassio, Leute. 10 Damage mehr auf ihrer Ehe. Nicht vergessen, Leute. Dieser Damage wird verdoppelt, wenn ihr jemanden vergift. Das heißt, 20 Damage auf ihrer Ehe, auf einen Spell, den sie wie eine Machine Gun feuern kann. Das sind extreme Buffs. Das hier sind richtig extreme Buffs. Gerade im Early-Game, wenn ihr vielleicht nochmal irgendjemand dabei haben solltet. Leute, Cassio-Level-2 läuft nicht runter. Ich glaube, Cassio-Level-2 ist jetzt der stärkste Midlander im Game, den wir haben. Wenn dieser Buff rauskommt. Ich kann mir nichts vorstellen, also ich kann mir jetzt so spontan nichts vorstellen, was stärker ist. Ähm, der Corrupting Potion, Ignite, E-Slam. Pretty huge, ja. Also ich hätte hier 5 eher gemacht. Also ich kann verstehen, dass man Cassio buffen möchte. Cassio ist ziemlich scheiße. Aber das ist ein, äh, ziemlich dicker Buff. Gerade auch. Vielleicht, maybe auch für die Top-Lane. Maybe auch für die Top-Lane. Canon, Leute. Oh, darauf freue ich mich wirklich sehr. Ja, ich spiele liebend gerne Canon, ähm, in bestimmten, äh, Setups eher. Ist er ziemlich nice. Er war immer so ein, ein okay Nischen-Pick. Jetzt ist er ein großartiger Nischen-Pick. Ähm, bist du 30 Damage mehr auf der Q. War's ziemlich strong. So schmeißt. Plus nochmal 5% mehr AP-Scaling. Ähm, ist geil. Ist geil. Jetzt gibt's immer eine richtige, äh, Incentive, die Q zuerst zu maxen. Tatsächlich. Gerade in Ranged-Match-Ups ist das ein sehr, sehr dicker Buff. In Ranged-Match-Ups ist das ein sehr dicker Buff. Mordekaiser, Leute. Also die Buffs sind fein. Ich spiele eigentlich auch gerne Mordekaiser. Ähm, ist aber pretty weak im Moment. Mega cool dann auf der, äh, W. 2 Sekunden, was der, der Unterschied ausmachen kann zwischen nutze ich W einmal im Fight oder nutze ich W zweimal im Fight. Gerade in Excelled-Team war's ziemlich cool. Und Damage-Stored ist jetzt hier auch ebenfalls um 10% höher gegangen. Das heißt, gerade wenn man die Lane pusht, gerade wenn man mal Prio hat oder sowas, kriegt man das Schild auch schneller voll. Ähm, und natürlich auch generell in Fights, ne, kriegt man es ebenfalls auch mal schneller voll. Was bedeutet, ich kann es früher benutzen. Ne Sekunde früher, sag ich mal. Plus 2 Sekunden weniger, die ich cool dann drauf habe. Bedeutet, ich kann insgesamt mit 3 Sekunden an Coolout sparen. Ähm, was ziemlich geil ist. Aber ich hab mit Tolkien da nochmal drüber geredet. Ich glaub, vor 2 Tagen, wenn ich mir nicht irre. Der meinte, Mordekaiser würde ein bisschen mehr Base-Movement-Speed brauchen. Ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich, äh, also nicht, dass ich sage Movement-Speed, scheiße, ne. Ähm, aber er bräuchte ein bisschen mehr Base-Armor. Mordekaiser ist turbo squishy im Vergleich zu allem anderen. Ja, Nidalee, Leute. Ähm, 25 Base-Leben mehr, sowie normal mehr Leben pro Level. Äh, hier kommen jetzt 2 Gedanken rein. Als 1. Scheiße, der High-Elo Nidalee ist bereits mega, mega strong. Jetzt wird sie noch stärker sein. Denn das hier würde ich nicht unterschätzen, wie viel Leben sie bekommt. Ja, das hier sind, äh, wenn sie Level 18 hätte, 195 Leben mehr, ne, 25 Base mehr, plus 10 pro Level. Sie kann 17 Level-Ups bekommen. Ich hab Mathe erstmal durchgespielt. Ähm, aber maybe könnte das Nidalee, die Spieler dazu bringen, sich ein Ludens zu kaufen. Anstelle des Night Harvesters. Äh, klar auf Night Harvesters CDR drauf, was ziemlich cool ist. Und man die Boom-Speed, wenn man sein Ziel hittet und sowas. Ähm, aber ich kriege Leben. Durch Dingens. Durch, also ich kriege ja jetzt nochmal mehr Leben an sich, weil ich den Champion einfach picke. Und da kann ich das Leben vom Night Harvester auslänglich, indem ich in mehr Damage reinkommitte durch Ludens. Ist nur eine Idee, nur eine Option. Ich sage nicht, dass Night Harvester bad ist. Hat natürlich auch seine ziemlich guten Vorteile. Ähm, aber ja. Rell, Leute. Zwei Sekunden weniger cooldown auf der W. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob das viel ausmacht. Also ich glaube, es macht im Early-Game nicht so viel aus. Später im Game macht das schon tatsächlich geil was aus. Gerade wenn man ein bisschen mehr CDR stacken sollte. Ähm, weil das ist der Unterschied dazwischen. Mach ich eine W oder mach ich zwei Ws? Ne, du gehst mit W rein. Ähm, mount es wieder ab. Holst dir nochmal ein Autotank mit dazu. Gibst ein Knock-Up. Und kannst dann nochmal beim Hinterher-Chasen oder so nochmal eine W nutzen. Oder wenn du ein Re-Engage nochmal irgendwie findest. Ist, also, es sieht nicht nach viel aus. Aber ich mach, es macht mehr aus, als man denkt. Ja. Shyvana, Leute. Q-Colon geht rund um zwei Sekunden im Early. Huge Buff. Denn Q ist im Normalfall die Fähigkeit, die man als letztens magst. Ja. Das heißt, das hier wäre erst... Das ist ein Buff bis Level 13. Ne, technisch gesehen eigentlich schon bis Dingens. Bis inklusive Level 18. Ja. Aber bis Level 13 ist es ein starker Buff, wo ihr die voll und zwei Sekunden aussetzen könnt. Und ebenfalls wird das AP-Scaling nochmal hochgepusht. Von der Q. Um 20%. Das heißt, alleine schon, wenn ihr ein Nash-Tooth haben solltet. Macht ihr 20 Damage mehr pro Q. Und ihr könnt die Q jetzt auch ebenfalls öfters benutzen. Ähm. Gerade auch in der Drachenform könnte man hier nochmal ein bisschen mehr rausholen. Dicke Buffs. Sehr, sehr dicke Buffs. Ich bin kein Fan von AP-Shyvana. Ist mir zu generic, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm. Gerade weil so viel Power in diesen Feuerbällen drin ist. Ähm. Das Power-Budget ist einfach sehr, sehr schlecht. Ich find's cool, dass Riot Shyvana helfen möchte. Das auf jeden Fall. Ne. Aber. Ich weiß nicht. Ich würd einfach Power-Shiften weg von der E. Vielleicht ein bisschen mehr in die W rein oder sowas. Also in Bezug auf AP-Scaling oder so. Aber ja. Sind da, Leute. 20 Mana weniger auf der Q im Early Game. Später normalisiert es sich. Das hier wird Syndra wieder Meta machen. Ähm. Denn Syndra-Spieler müssen in der Regel sehr auf ihr Mana achten im Early Game. Das hier ist auch ein Revert vom Dem-Nerf, der ihr die Beine gebrochen hat tatsächlich. Und wenn das hier wieder reinkommt, wird sie sehr viel stärker im Early Game sein. Kann sehr viel besser mit Prius mithalten. Kann natürlich auch nochmal viel mehr konsisten. Die Gegner poken und später juckt es nicht mal so sehr. Xayah, Leute. Das hier ist der Buff, auf den wir alle gewartet haben. Der Ulti-Colon wird gesenkt. Ja. Sie findet 20 bis 30 Sekunden Colon auf ihrer Ulti. Was sehr, sehr nice ist. Leute, das hier ist eine, nicht mal zu, also es ist keine schlechte Ulti, so ist es nicht, ne. Aber achtet mal auf diesen Cooldown. Sie hat fast 3 Minuten Cooldown auf ihrer Ulti. Nicht krass. Und wenn es durchgemaxt ist, ja, ist ja ebenfalls auch ein saftiger Cooldown drauf von mehr als 2 Minuten. Und ihr dürft nicht vergessen, heute Xayah stackt nicht mehr so viel CDR, wie sie es zuvor getan hat. Ähm. Davor hat man sich ja immer gerne als erstes den Essence Reaver gekauft, den wir mittlerweile, was war die altes alte Bild nochmal? Essence Reaver, Infinity Edge und dann Rapid Fire, ne? Ähm, mittlerweile ist da gar nichts mehr drin an CDR in ihrem Item-Bild. Zumindest glaube ich das. Zumindest glaube ich das, ja. Deswegen, cooler Buff, freut mich, hab ich schon, wollte ich schon länger haben, ja. An sich, Leute, nochmal ganz schnell, Highbreaker-Buffs finde ich auf Dauer doof. Endy-Nerfs sind fein. Aurelion hat jetzt einen anderen Nerf bekommen, finde ich fein, I guess. Gwenn-Nerfs, sehr gut. Iridia-Nerfs, sehr gut, wird aber nochmal Nerfs brauchen, gehe ich mal davon aus. Kale-Nerfs, habe ich persönlich nicht gesehen, aber ist fein, I guess, ja. Silas, Changes, I guess. Ähm, ich finde, Q hat immer nicht buffen sollen, but whatever. Aber Thresh, das finde ich fein, Viggo-Nerfs finde ich fein, Wukong-Nerfs ist ein bisschen random, but that's fine, I guess. Blitz-Gram-Buffs finde ich gut, Caitlyn-Buffs, ah, kritisch. Kassi-Buffs, ah, kritisch. Kellen-Buffs sind fein, Mordekaiser-Buffs sind fein, ähm, Nidli-Buffs in High-Elo-Dick ist ein Problem, an sich sonst fein, ja. Rell-Buffs finde ich fein, Shivada-Buffs ist fein. Ich hätte den Champion gerne generell ein bisschen anders, aber das ist was anderes. Sindra-Buffs finde ich fein und Xyla-Buffs finde ich ebenfalls fein, ja. Ihr könnt, äh, wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, Leute. Und bis zum nächsten Mal.